schön dass du gerade ausstandest ich bin gerade gestorben kannst du mal bitte was tolles bauen ich bin kein zauberer ich könnte zwei sekunden ohne mich überleben kann den zauberer selber nehmen muss an diese teile herankommen tschüss bin ja wieder da lumi ist ja zum glück da ne lumi ist nicht da ich bin das aber ich habe überlebt den gegensatz zu dir ich bin schon zehnmal gestorben da oben ist noch mehr zeug ja aber ich bin hier an wir sind doch in dem riesen wurm verdauung rechts rechts weiter rechts oben rechts rechts noch weiter rechts kann es gehen eins habe ich noch nicht aber eins ist da oben noch hier zwischen den komischen säckchen hier oben ist noch zeug na ja ja wenn ich hier oben mal ich will nicht wechseln doch du musst doch die dinge ihr müsst ihr oben kaputt schießen und kommt unten blubber blästchen wo man drauf springen kann ja ich kann auch eins kaputt machen da und jetzt habt ihr unten was zum drauf stellen aber ihr habt nicht so viel zeit und dann müsst ihr halt hoch springen hüpf lumi hüpf ja warte hüpf lumi wir sind grad in einem ja ich kann grad nicht ich hüpf nicht gezüfte hee ok jetzt müssen wir aber auf felix noch helfen danke schön wie ist das eklig müssen wir ausgerechnet dieses spiel jetzt spielen hieraus gibt kein leckerli was du sagst wir wollen es heute fertig machen ich hab nicht dran gedacht dass es heute so eklig wird oooooh du hast doch schon gegessen ja aber noch nicht lange warten da oben sind irgendwelche eier aber du kannst das ei rausnehmen einfach was kannst du damit machen einfach liegen lassen hm geil ich würd mal vermuten irgendwann müssen wir hier hoch da oben ist nämlich noch Zeug rechts oben hier direkt über uns die explodieren irgendwie warte mal ja jetzt ist es im wagen ok warte mal ich bin da oben drauf fertig spring nochmal drauf auf den knubbel so du musst dann links gehen ne ja jetzt schon drauf ok aber ich komm da nicht drüber ich muss wahrscheinlich auch noch da hoch oder Felix schick mich mal noch da hoch oh nö warte benni nochmal toll bissl anlauf so hättest du mir was hin oder wirst du auf mich drauf springen du kommst da nicht durch hier ist ne Membran da ist keine Membran ich komm da durch da kann man ich glaub durch da wie ich da durch komme ich wollte ja nur dass du es vorher machst wem wer hat's denn jetzt kaputt gemacht au ich komm das hausend Zeug geflogen ich wollte das Ei da oben befreien damit ich da wieder lass doch das Ei mal in Ruhe ne das Ei ist zum springen kannst du mich nochmal hochschieben ja oder oder Lumi schmeißt das Ei einfach da drauf ja danke Felix das Ei haut munz aber immer runter immer wieder lass doch mal bitte lass den Scheiß doch rein wir kommen doch alleine wo ach verdammt Hilfe hier ist zu viel Stuff jetzt ne das war zu weit ne das war zu kurz so noch ein Stück ne noch ein Stück nach rechts eigentlich ach ne so reicht aber ich komm nicht mehr hoch hm schade hoi ich komm doch nicht hoch ich weiß grad dass du so weit oben bist du musst genau du musst genau wenn das wenn das nach unten geht Lumi warte noch bissl jetzt so hops ne eh so du musst extra hingehalten ja Lumi das ärrtig eh nein nix nix n nein das drückt jetzt hier doch runter ja du musst du dass du nicht mehr in die Stachel springst ich glaub ich hab's ich glaub weiter hoch komm ich doch nicht bin tot ok Moment du bist tot heißt wir müssten ein ganzes Stück weit zurück ja also geht lieber nach vorne na 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 Das ist auch ne Option. Ich auch schon. Das da oben kann man kaputt machen. Ja. Oben ist auch noch was, ne? Ja. Ich bin nun mal hier unten. Wer schiebt denn das Ding da die ganze Zeit runter? Na, du hast so... Irgendjemand muss hier mal hier hoch und... Oh, ups. Machst du das nochmal kaputt, bitte? Naja. Wenn? Unwütiges Timing. Moment. Achtung, mein Hammer macht dein Ding, dein Zeug kaputt. Nope. Nope, das war zu weit oben. Ich mach es noch. Früher springen. Ne, ich bin nicht, ich konnte nicht durchlaufen. Ich unterstütze euch einfach von unten. Konnt da nicht durchlaufen tatsächlich in dem Moment. Du sollst nicht mein Bretter schießen, sondern das Ding da. Ja, ne, das geht ja schlecht, oder? Hopps. Jetzt. Wir haben's. Endlich. Ich frage jetzt, wie kommen wir eigentlich überhaupt weiter? Alle mal geheilt. Wurm, hörst du mich? Ah. Ich habe kleine, feuerballwerfende Kinder, genau wie du kleine, schleimschleuderte Babywürmer hast. Aber Amadeus' Spiel trug nicht weit genug. Und selbst wenn, den Wurm hätte es wohl wenig geschert, was sein Mittagessen zu sagen hatte. Wie kommen wir denn da hin? Ich würde sagen, springen. Die Welt bewegt sich, mir wird ganz schlecht. Oder der Magier muss ganz nach rechts. Ganz nach rechts, der Magier. Boah, dann müssen wir rechts rüber. Das ist natürlich auch eine Option. Bist du anfällig für solche Ekelsachen, Lumi? Kommt auf die Ekelsachen an. Alles, was im Körper ist, finde ich immer eklig. Aber komm, na, so'n Scheiß angucken. Da hab's. Oh, und so'n Quatsch, ne? Aber dann... Au! Ist so'n Quatsch? Oh, hat er keine Geräte. Oh. Von, von, von dem Enden hier. Die Münster. Waaah. Oh. Was? Wie für'n Quatsch? Wir sind hier vor uns dieses Spiegel-Dings da. Wie ist das? Black Mirror ist kein Horror. Dann würde ich's auch nicht gucken. Wir haben da alles übrigens, glaub ich. Hier oben ist noch was. Ich glaub, das ist ja was... Okay. Ich konnte's irgendwie nicht kaputt machen. Mein Magic Hammer konnte's nicht kaputt machen. Widerliche Tentakel-Dinger. Jaaaa. Cool. Mhm. Da sterb' da, wenn der da durchgeht. Oh. Ups. Would be my guess. Och, komm schon. Guck, dieses Spiel ohne einmal zu sterben. Kannst du dir einfach zweimal deinen Hammer dagegen hauen? Ich kann ihn nicht schnell genug dagegen hauen, würde ich sagen. Oh. Oh, danke. Ups. Bin zu weit gesprungen. Also ich würde ja sagen, unser... Unser Zauberer könnte einfach Sachen reinschmeißen. Also ja, ich kann meinen Hammer da reinmachen, aber... Nein. Boi. Nöp. Mein Hammer geht nicht schnell genug. Bin ich sehr auf dem Spaß, ne? Ah, Benni ist tot. Ich wollte mal kurz mit Benni. Ja. Ich cheate. Für den Spielfluss. Oh, nö. Was siehst du? Oh, sie essen aber auch meine Sachen. Ja, deswegen sag ich ja, du musst deine Sachen dahin tun. Uah, nö, jetzt bin ich wieder dort dran. Ach man, ist das gemein. Ich bin durch. Ja, ist das ein Checkpoint? Wir wollen ja nicht gerade ruhig. Wir wollen ja da in die Mitte. Hier ist ja noch Zeug. Hier ist ein Hebel. Nein, ich will den Schwerkraftfall nicht aktivieren. Ich bin ja schon klar, dass wir hier noch in der Mitte was holen müssen. Wir müssen jetzt nicht, aber können. Au, au, au. Ich sterbe jetzt, glaube ich. Komm schon. Hier, auf mich. Da ist noch eins, da ist noch eins. Ja, jetzt bist du da dran. Woher mich denn wieder? Aber du bist auch tot? Nö, ich habe mich dafür zurückgesetzt. Du kannst auch so zurücksetzen, wenn du lebst. Warum hast du das gemacht? Weil ich fast tot war und dann Hilfe brauche. Toll Felix. Wir müssen nochmal nach links. Warte, wir müssen erstmal quasi Zombies besiegen. Achso. Jetzt sind Zombies im Bauch. Wo ist denn da die Lüge? Der frisst die halt vielleicht? Achso, so wie uns neben hier. Ja, wenn du da halt reinläufst. Achso. Ich hab den Tag hier im eigenen Baum. So, kommen wir jetzt hier nochmal ins Zeug holen, was hier überall dort ist. Warte mal. Hier, auf mich. Auf mich. Auf mich. Auf mich. Ja. Es ist zu spät. Es ist sofort auf mich springen müssen, wo wir das erste schon kaputt gemacht haben, Mensch. Kann man die nicht einfach so töten? Du kannst die nicht töten. Die kommen immer wieder. Arsch! Ich hab doch mein Schwerkraftteil. Die kommen trotzdem wieder, glaube ich. Ja, aber dann sind sie langsamer. Schafft sie es doch nicht. Ich bin unfähig. So Tage gibts. Ach, die kommen trotzdem verdammt schnell wieder. Kannst du hier knicken. Aber wir haben es doch grad schon geschafft, dazwischen zu kommen. Aber jetzt kannst du die Rücken ruhen. So, sehr gut. Also du musst kurz kurz ab, bis sie was ab zu fressen. Nö, die haben ich trotzdem nicht genommen. Ich bin anscheinend zu lecker. Warum warum? Oh, ein Bini. Nein, die haben dich nicht genommen. Du musst mal am Mantel. Über euch sind nur noch Sachen zum einsammeln, ne? Äh. Ich bin fast. Äh, hilfst du mir mal? Wiehst du mal dagegen? Na guck mal, Benni ist eh schon wieder da. Ich wurde hierher teleportiert. Wurde euch dagegen? Da? Da. Ja, genau. Das will dich nicht dagegen machen. Ich wusste nicht, was du zu sagen. Damit habe ich ja schon Benni überrascht. Lumi, du musst einfach mal wieder Türme bauen. Ich muss mal rein. Bauen sie den Turm zu Babel. Äh, bei mir hab ich noch eingesammelt. Wenn du da nicht hochgesprungen wärst, hätte ich noch ein drittes gebaut. Ich muss das dreimal einsammeln, damit es zählt. Voll gemein. Ja, lehnsame ein Rücken an. Hau es hier auf den Kopf. Hups. So geht's auch. Na irgendwie nicht. Ich hab das Gefühl, wir arbeiten nicht so gut zusammen. Benni? Kannst du ein viertes machen? Ich war gerade dabei. Nee, du kannst nur drei machen. Ach nee, links liegt noch eins. Du kannst eigentlich vier machen. So, geschafft. Alles eingesammelt. Dann kann sie jetzt kaputthauen. Sehr schön. So, hier geht's runter. Habt ihr bemerkt, dass wir uns bewegen? Wir müssen runter. Der Wurm ist auf dem Weg irgendwo hin. Wir müssen hier noch Sachen zum einsammeln. Ich möchte auch gerade mal so einen leuchtenden Magen haben. Aua, ich bin gestorben. Ich sehe hier nichts. Deswegen musst du in die Lampen schwingen. Aber die Lampe hier leuchtet nicht. Ich bin tot. Oh, leuchtet doch, die leuchtet doch. Ich bin tot. Ja, du musst die Lampe, glaube ich, erst rechts aufladen, Lumi. Die eine hier, die hier ist. Welche links, meinst du? Die hier links musst du erst aufladen, indem du ihn nach rechts zu der anderen hinziehst, glaube ich. Was hat gesagt, die hier rechts? Oder so. Jetzt leuchtet sie. Jetzt müssen wir nach links. Nach links, nach links, nach links. Damit wir hier sehen, wo wir hinkommen. Oh, oh, ich fall runter. Ich fall runter. Wieso schaff ich das jetzt nicht mehr? Ich konnte es doch gerade noch. Das ganze Ding kippt, wenn ich da ziehe. Ich brauche jetzt hier jemanden, der auf meinen Schild springt. Und dann dort oben das Zeug einsammelt. Das ist leicht. Kannst du wieder loslassen irgendwann? Da oben ist noch mehr. Damit es nämlich nicht wieder los geht. Ich brauche mal wieder jemanden, der mich auch weggelebt. Ich kann nicht wieder loslassen. Blumi. Ich geh noch weiter runter. Ne, das ist nicht. Ja, da ist er tot. Mein Jesse Benny. Was macht ihr denn da? Ich weiß nicht, was ist die komische? Es ist dunkel. Das ist ja eigentlich gut so. Weil die Zunge geht immer runter, wenn es hell ist. Ist doch kacke. Ne, wenn ihr zu viel seid, geht die Zunge runter. Und wenn die Lampe bei uns ist. Wenn die Lampe bei uns geht es auch runter. Doch. Nein. Guck doch mal. Wenn die Lampe drüben ist. Lumi ist allein da drauf. Wenn die Lampe rüber geht, geht die Zunge auch runter ein Stück. Nein. Die Zunge bleibt genau an der gleichen Stelle. Wenn zwei drauf gehen, Benny. Dann muss Lumi das irgendwie anders machen. So. Wir sind trotzdem da hoch. Jetzt dann. Ja, jetzt geht es ja aber runter, weil wir zu zweit rauskommen. Ja, aber du musst schnell handeln. Nur weil sie kippt, glaube ich. Aber muss jemanden vielleicht einfach hier drauf springen und dann bis oben holen? Ja, warte. Ja, wenn wir nicht durchkommen, weil das zu flach ist. Ah. Ah. Mach doch mal deinen Kapitationsding dann ab. Möchtest du alles oder ist da noch was jetzt? Ja, ich hab alles. Ich hab alles. Alles okay. Kann's fallen lassen. Da sieht's noch so ein bisschen komisch aus. Ja, komm. Hier sieht's überall komisch aus, Lumi. Lumi, komm. Lumi, komm. Lumi kommt ja schon. Also hier unten habe ich schon probiert. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein Gap. Guckt euch mal. Woher? Warten wir mal raus, wenn man liegt. Ja, Benny kommt rüber. Wir brauchen... Nix. Fair. Ähm. Aber wir müssten da oben was holen. Nein, ich will nie weg... Wie ging denn das? Du kannst dich hier kaum festhalten, weil es hier kein Holz gibt. Ich hab doch das Vorbereitationsdring mal. Ja, leg das mal drauf und jetzt ein paar Kisten drauf, Gulumi. So, so. Ja, so geht auch. Zack. Alles zusammen. Das läuft. Hier ist wohl schon so weit. Hier haben wir wieder das Ei über uns. Oh. Hey, ich mach das mal. Ähm. Ihr stellt euch... Ihr stellt euch mal... Benni, stellst du dich mal auf das Ene? Trifft noch nicht. Warte. Ah, du bist tot. Ja. Ja. Da oben sind wieder Tentakelviecher. Ich bin auch wieder tot. Aber jetzt ein Timing hier. Also da oben ist ein Tentakelviech. was wir gleichzeitig... beachten müssen. Oh, scheiße. Ich bin tot. Warte, warte. Cheater. Ich komm da nicht hoch. Das ist mir zu niedrig irgendwie. Und jetzt... Ah, warte. Ich mach mal den Checkpoint da oben. Ja. Sag mir die Sachen nicht rein? Benni, bringt dich um. Da haben wir die Sachen nicht ein? Was für Sachen? Da sind noch links, neben dem Tentakelviech, die Sachen. Ah, ah. Wir brauchen aber hier, glaub ich, das Antikravitationsfeld. Hey. Die Töne spacken ein bisschen rum. Ja. Wie viel denn da? Das Fischen ist gut. Lumi nimmt das Brett da weg. Nein. Mitgefasst. Drei. 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 Wer stürmt ist von uns beiden? Drei. 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 Das ist nimmer. Läuft. Lässt du schon los, bevor ich springe? Nein, das ist irgendwie plötzlich aufgehört. Ich weiß nicht warum. Bin ich dagegen gesprungen, eventuell. Spacken bei dir die Töne auch noch so rum, Benni? Ja, aber bei mir ist es nur noch leise. Ähm. War das denn? Cool, dass ihr schon... Ach ne, ich kann ja... Äh? Hä? Voll. Häm? Springen! Springen! Oh. Ich bin tot. Das Brett hat mich gekillt. Sorry. Ich mach's ja nur noch nicht so ganz, wie ich da rüberkommen soll. Vielleicht nehmen du auf mich springst und zuerst springst. Oder wenn es halt hier rüber geht... Kann ja... Ja, kann ich das? Oh, da unten kann man auch stehen. Da unten kann man auch stehen, ja. Und dann musst du eigentlich gehen. Ihr müsst halt nur das oben ab und an. Ja. Und hier auch, da wo es gerade drauf fällt. Äh. Äh. So komm ich quasi rüber. Weil ich kann ja mich gegen Säure ja schützen. Ja, wenn Felix das einfach abknallt, dann komm ich damit auch rüber. Alter, der Sack geht ja auch nicht klar, ey. Und jetzt müssen wir da oben irgendwie hin. Kannst du wirklich hier hochspringen über mir? Ja. Kommst du rüber, Felix? Na, ich komm doch mit euch rüber. Wenn ihr einen Checkpoint habt. Nee, kann sein, dass wir dich hier brauchen. Wir brauchen dich jetzt ziemlich sicher tatsächlich. Eventuell wäre das Antigravitationsding auf der Zunge super gut gewesen. Damit die nicht runter geht. Oder? Ja. Ja, dann mach dich mal am nächsten, am letzten Checkpoint wieder und mach da mal so'n... Cool. Bäh. Ich bin nur fast tot. Ich bin da. Ja. Ja, auf der Zunge. Kannst du das Antigravationsfeld auf die Zunge machen, wo Lumi drauf steht? Ja, genau. Aber das ist genau richtig. So, jetzt müsste die Zunge doch relativ lange oben bleiben, ohne runter zu gehen. Ja. Perfekt. Ja, da muss ich... Aber ich komm... Ah doch, warte mal, ich gereist vielleicht mal rein. Moment. Warte, 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 warte... Steig auf mich! Ja. Okay. Jetzt nach rechts rüber, ne? Ja. Einen nach dem anderen am besten. Angst? Wer zuerst? Ich nicht. Jetzt spring! Ich mach mal den Anfang! Ich kann uns das Ding hier locken. Hier oben ist kein Checkpoint. Die Eier crawlen hier drinnen rum, ne? Ich bin ein schrecklicher Mensch. Sie streite aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Ja, ja. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Ah, ja. Angesichts der Gefahr, diese stachlige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige, eiserne Jungfrau. Keine durch. War da oben noch was holen? Ich glaub das ist Geheimgang, der Geheimgang ist hier bei mir. Bist du durch? Hört die Omen, die Dunklen, vom Ende der Siedlung hier munkeln. Erst Rebellion aus Feuer ein Turm. Dann verschlingt ein riesiger Wurm, Baum und Kobalt den ganzen Land. Danke, Felix. Bis nichts mehr bleibt als nackter Samt. Wenn du dieses Ding nicht hättest hoch auf hoch erscheinen können, wär ich auf das Ei ges- Geil gesprucht. Ne. Ne, ich hol mich ja schon wieder. Puh. 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 Ja, Lumi, das war sehr galant. Statt einfach zu warten, bis das Ding drüben ist, du brauchst ja noch nicht immer so ein Ding da drauflegen. Puh, Puh. Puh, Puh. Puh. Dann haben wir kommen nicht wieder runter. Und jetzt müssen wir irgendwie, guck mal, jetzt kann ich Felix gar nicht drüber schälen. Du kannst uns ein Gravitationsfeld machen von der anderen Seite. Wollt's drauf? Da zum Beispiel. Da. Du schaffst das schon. Na, das ist ein Hüpfrätsel. Es hat mit Rätsel nicht viel zu tun, sondern mit Geschicklichkeit. Es ist halt ein Geschicklichkeitstest, bin ich auch gut. Guck doch mal zu. So. Lass erstmal nach hier. Ja, mit dem Schild Schiebohr. Ich komm doch gar nicht bis dahin, guck mal. Benni, tu mal den Hammer auf das rechte Ei da unten in deinem Geheimgang hauen. Manche helft dir. Ich so leid bin. Kann ich auch machen. Hm. Hat doch nicht funktioniert. Naja, weil das Ding da zu weit unten ist von der Dumi. Dumi, von wegen du hilfst mir, guck mal was da rumschwebt. Ich wusste nicht, dass du da so blöd dran hüpfst, aber gut. Nee. Lass doch jetzt unten. Was steuerst du du und was steuerst du dich? Dich steuer ich nicht, das ist das Problem. Wir sehen uns. Wir sehen uns.